So, heute habe ich mal einen ganz untypischen Sommerweinalarm für euch, nämlich den Palacio de Primavera von der Bodega Burgo Viejo. Eine Rioja Reserva aus dem Jahre 2015. Der ist eigentlich ab Weingut schon ausverkauft, aber wir hatten noch eine Palette reserviert, die wir eigentlich schon ein bisschen vergessen hatten. Doch jetzt noch mal erinnert wurden, da haben wir sie abgerufen. Das ist gut für uns und vor allem gut für euch. Denn dieser Wein, den finden nicht nur wir super, sondern auch der Decanta. Der Decanta ist ein britisches Weinmagazin, das es schon seit 1975 gibt und seitdem auch zu den renommiertesten Weinmagazinen auf der ganzen Welt gehört. Und wie gesagt, dieser Decanta hat den Palacio de Primavera mit 97 von 100 Punkten bewertet und ihn mit Platin ausgezeichnet. Wir haben dem Wein 94 von 100 Punkten gegeben, was auch ein hervorragend, außergewöhnlich, outstanding ist. Und wir finden ihn natürlich auch hervorragend. Wie gesagt, eine Rioja Reserva, das heißt Tempranillo, ein Wein mit Kraft und Würze. Lagerfähig ist der bis 2030. Das heißt, ihr müsst ihn nicht sofort trinken, ihr könnt ihn noch ein bisschen liegen lassen. Er lag 18 Monate in Baricks aus französischer und amerikanischer Eiche und passt einfach perfekt zu Lamm, zu Pfeffersteak oder zu einem leckeren Rumpsteak. Das heißt, auch zum Barbecue, allerdings dann eher mit hochwertigen dunklen Fleischsorten, passt dieser Wein super. Wenn ihr den ins Glas eingehst, dann habt ihr gleich so Aromen von Brombeere, Himbeere, Kirsche, Feigen, Zeder, Lakritz, Rauchfleisch, Espresso, Nougat, Nelken, Zimt, Vanille, auch etwas Oregano, Rosen und Veilchen. Im Glas, also wenn ihr den dann trinkt, am Gaumen meine ich, da ist er dann richtig fleischig, saftig, sehr samtig, hat eine tolle Balance, eine schöne, feinwürzige Frucht, ist vielschichtig, elegant, hat eine mineralische Kühle und dabei einen schönen Druck. Einfach ein richtig geiler Wein und halt so typischer Tempranillo. Das ist Spanien, wie es sein sollte. Deswegen dürft ihr diesen Weinalarm jetzt nicht verpassen, weil das ist der Rest vom Schützenfest und ich finde ein mega Wein, den man sich auch super noch im Keller legen könnte. Das heißt, wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier jetzt noch sechs Flaschen bestellen und wartet einfach auf den Herbst oder auf den Winter. Er wird nicht schlechter, der wird noch besser, da ist noch einiges drin. Wie gesagt, 2015, das fängt jetzt an, so richtig Spaß zu machen. Deswegen finde ich das einen tollen Weinalarm und eine Gelegenheit, die ihr jetzt nicht verpassen solltet.